Ladies and gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Darksiders. Das letzte Video war so kurz, weil mein Spiel einfach abgekackt ist. Und dann konnte ich nochmal diese ganzen Kistenrätsel nochmal machen. Deswegen hatte ich keinen Bock das zu schneiden und das andere ist 33.1 und wir sind jetzt hier in 32. Jetzt sind wir wieder hier, wo wir abgeschmiert sind. Und, ja, mal gucken, was in dieser Kiste drin ist. Ein Vorratssucher. Wie interessant. Ich komme da nicht rein. Ich will hier rein. Aber ich komme hier nicht rein. Oder ist das noch von unten, die Goldkiste? Egal, das ist noch die Goldkiste. Guck auf die Goldkiste. Sie ist frisch poliert. Ja, so läuft das hier in der Runde. So läuft das, so nicht anders, bitches. Yo, Talokiste. Sweet. So. Und ein weiterer Aufzug. Oh, ja, I know this guy. I'm going to fuck him up. Because I am... Okay. Bitte machen sie die Portale auf, por favor. Oder muss er die erst kaputt machen? Bitte schlagen sie hier drauf. Kommt sich die kaputt machen? Nein. Oh nein. Nicht das. Ich hab gesagt, nicht das. Du sollst draufschlagen, du übertriebenster Idiot. Fuck ist das Ding dumm. Oh nein. Hat er's kaputt gemacht? Nein. Ich weiß nicht, wie ich auf deinen Kopf draufkomme, du schmerzt. Ich glaube, er muss die Dinger kaputt mal mit seiner Kette haben. Aber... Ich weiß nicht, wie er das macht. Komm. Ja, nee. Das ist, ich glaube, alles falsch, oder? Ich glaube, das macht kein Damage. Nee. Der muss das hier jetzt mal... Machen wir jetzt hier Tacheles mit dem Ding. Macht das jetzt mal hier kaputt. Nicht drehen oder so eine Scheiße, sondern mal hier zerschmettern. Gibt's ja nicht, Alter. Aber er hat's kaputt gemacht. So. Noch eins. Damit wir interagieren können. Du Pflaume. Komm mit mir, Brow. Nein, das war das Falsche. Spast. Du sollst da draufklopfen. Du bist so guter Wörner, Junge. Ich muss ja auch irgendwann ausweichen. Hast du noch irgendwas im Inventar? Irgendwas, womit ich mich heilen kann? Na also Du liebeste Butterbirne, Mann Nein, oh mein Gott, das war nicht Es war nicht aufgeladen genug Ich habe mich dagegen geflogen, einfach Nicht drehen Drehen interessiert kein Mann Wieso ist da draufklopfen, du Pflaume? Ich glaube ich muss einfach unter ihm stehen und dann klopft er trotzdem da drauf Dann lass jetzt hol dein scheiß Ding da raus Du Pflaume Gib dir den mächtigen Hammerfist Na also Ja, komm, nochmal Der ist nicht so der schnellste, der Typ, ne? Nein Ich verstehe es nicht Wie hat er mich getroffen? Ich war doch neben ihm Könnte man... Oh, jetzt habe ich wieder kein Leben, Alter Ich muss dem Ding doch irgendwie ausweichen Aber der ist so schnell, der Typ Dann pullern wir da erstmal im Portal auf Was? So Komm her jetzt, du Pflaume Ich muss das irgendwie so predicken Dass er genau im richtigen Moment da voll drauf batscht Während ich weglaufe Nein Also damit hätte er es auch ruhig mal kaputt machen können Aber das Spiel sagt natürlich Nein, nein Wir müssen den dicken Arm durch Boah, das war zu kurz Du Butterbirne Du kannst nicht ausweichen Es geht nicht Er hat Er hat deinen Arsch Jetzt knall drauf auf die Scheiße, Mann Er hat sich kaputt gemacht Fick dich Wie kann er das nicht getroffen haben? Jetzt komm Hol deine Scheißkeule da raus und komm Mach euch nicht mad Komm Hau drauf Keule raus Und los Keule raus Nein Das ist die Gegner, das ist einfach zu dumm für das Spiel Mir ist einfach Der ist einfach zu stupend Ja Ah! Good job! Well fucking done. Ich gucke, ob hier irgendwo noch irgendwo anders so ein Portal ist, aber nee. So, guter Birne, jetzt fuhlt dein Schwert da raus, ich meine, deine Keule. Komm. Sag, komm! Also, komm. Nein, falsch. Yes! You did it! Good job, mate. Yes, 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 yes. Come. Get over here, son. Okay. Eh? So come on do your fucking attack Oh, komm ich da drauf? Yaboy! Ich glaub, den muss man auch halt nur drei mal angriffen, oder? Yaboy! Ich hab einander genommen Jetzt hab ich nur gefritches... Oh, nein! Jetzt müssen wir wieder unsere... ...Skills einsetzen Oh, yes, oh, yes ... 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 Well done Ich glaube es ging jetzt, ich glaube das war richtig, ne? Naja, es sieht beladen aus, das Ding Ich denke mal, ich hoffe Aber er hat dödödödöd gemacht, also war es bestimmt richtig So Boah, fuck Ähm, ich habe eine ungefähre Idee, wie wir das machen müssen Da muss auf jeden Fall ein Portal hängen Dann müssen wir Die Dinger So Das ist doch dumm Wir probieren es mal aus Das Ding ist Kann ich von da da hoch gucken Das wäre important zu wissen Ja, es geht eigentlich Okay, das heißt wir müssen irgendeinen runtersetzen Den hier müssen wir runtersetzen Wie ist das? Alter 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 Oh, der Name der Deck Der Name der Deck Beside What? What? Ah ja, also hat's so aufgeklappt Sehr gut Sehr gut Ähm Hmm Hmm Assault Oh 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 Ja, es geht doch So, jetzt müssen wir den runter nehmen Und dann können wir da durchspringen Der runter Der auf Jawohl Hurra 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 Um 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 Ja ja Um 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 Da hatten wir auch einen Raum. Ah, da waren wir schon. Hey, haben wir es geschafft, oder was? Ja, Digga, ihr Laufs. So, wo müssen wir jetzt hin? Wo ist das jetzt aufgegangen? Weil ich hab no fucking idea. Hier? Ich denke, ja. Oh Mann, wir sind schon over the time, aber egal. Egal, wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt. Vielleicht jetzt noch hoch oder runter, oder was auch immer. Mal gucken, ob der nächste Punkt müsste Arvadons Gefängnis sein, oder? Mal gucken, was der uns sagt, Alter, und dann ist... dann ist Jod. Dann soll ja mal keinen Heisen hier schieben. Ja, das ist doch schön. Das ist doch super. Jetzt müssen wir die noch umkehren. Aber wie? Ich würde sagen, das gucken wir uns ganz entspannt in der nächsten Folge an, wie wir das machen. Weil... ach, da ist noch so ein Ding. Egal, das machen wir in der nächsten Folge. Dann queren wir das komplett um. Den Strahl da zu Arvadons Scheiß Gefängnis. Und ja, bis dahin. Wir sehen uns. Haut rein. Bleiben so geschmeidig, wie ihr seid. Und tschau. Dann noch einen Vielen Dank.